Salut, salut, bonjour, bonjour, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Mein Name ist Michel Hofer und heute gibt es ein neues Video. Hier im Hintergrund und den sogenannten Stuhl, den ich mal in Quarantäne bemolte habe. Ich habe darauf geschrieben 100 Abonnenten zu erreichen bis Ende Jahr. Und das ist tatsächlich erreicht worden. Sehr nice, hat mich sehr gefreut. Merci wirklich für diesen. Und jetzt geht es natürlich weiter. Es gibt 1-0 mehr hinten dran. Das heisst, das Ziel ist bis Ende Jahr 1000 Abonnenten zu erreichen. Ich weiss, wir schaffen das auf jeden Fall. Es werden viele crazy Sachen gemacht in der nächsten Zeit. Und heute fangen wir gleich an und ich würde sagen, let's go. Ich bin voll parat. So Lebu, heute ist der Tag der guten Tat. Yes. Das heisst, was machen wir heute? Wir bringen Mama in Klaschen. Wie sehen wir? Unser Zimmer. Unsere Dörren. Exakt wie in einem Knast. Alles das Original. Jetzt gehen wir auch mal rein schauen. Eine Nacht. Mit dem geliebten Schwesterherz. In einem Zimmer wie früher. Alba in den Ferien. Super. Man schätzt es. Das muss ich ja sagen. Das ist nicht meine erste Nacht im Knast. In einer Nacht haben wir schon mal überlebt hier in der Zell. Oh mein Gott! Das sieht nicht mal so schlecht aus. Hier hast du mir etwas mitgenommen vom Ausgang. So ein wunderschönes Long Ring Glas. Klassisches, man kennt es. Oder man geht das Zeug einkaufen in einer Bar, das hat 10 Franken für das. Und dann verpemmt man es zurück zu geben und merkt, dass man dann noch so Gläser hat. Und ja, nimmt man es halt mit. Aber es ist sogar so professionell. Da steht noch drauf, wie viel Centiliter und das wäre eigentlich noch nice für unsere Bar. Also, meine Schwester hat Ihnen das gegeben, dass das hier mit dem Glas eine absolute Trash-Story sei. Echt, dass es mir schon nicht interessiert. Dass das hier niemand interessiert, aber das ist wichtig, was mit dem Glas passiert ist und das jetzt auch noch was für Glas nutzt. Schreibt in die Kommentare, wenn Sie interessiert sind, dass das Ausgang Glas nicht hat. Schreibt es, dass das noch alle interessiert sind. Dann gibt es mehr so Ausgang Glas-Stories weiterhin. Sehr, sehr wichtig. Ja, das gefällt dem, denke ich. Ja, das gefällt mir. Gell, Kumpel? Hauri. Hauri-Partner. Ja, was hast du da genau erwischt? Ja, die Hillary. Hillary Clinton. Sie ist doch ja ganz jung. Ja. Das war jetzt sexy. Das erste Mal auf dem Ross. Das ist ziemlich speziell. Hauri-Partner ist hoch oben. Und meine macht manchmal etwas, was er will. Ein wenig Faxen. Ein wenig ins Feld, aber bis jetzt nicht zu reden. Ist gut. Wie ist es so? Ja, du bist so. Ja, du bist so. Du bist so. Du auch. Ja, du bist so. Ja, du bist so. Das war das 57. Geburtstag. Mann, hat es dir gefallen. Super. Super gewesen. Gut, und wir können jetzt schon mal für den 60. mal auf dem 60. Ja, du bist so. Und am Morgen zeigt es wieder so. Awww. Hallo. 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 Hallo.